Ich möchte Ihnen eine sehr wichtige Nachricht zeigen. Erinnern Sie sich vielleicht daran, dass ich Ihnen schon in einem Video die European Sunday Alliance gezeigt habe. Hier ist der Link, wo Sie die Nachricht finden können für Ihre weitere Recherche. Hier sind die wichtigen Sachen aus dem Artikel nochmal mit Farben markiert. Der Punkt ist, dass man eine Resolution unterschreiben möchte, damit alle Bürger der Europäischen Union Sonntag frei bekommen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass es gesagt wurde, Sonntag als Ruhetag frei zu bekommen. Also Sie merken, nicht für Familie und so weiter, sondern es wird direkt gesagt als Ruhetag. Für weitere Informationen, warum das so wichtig ist, empfehle ich Ihnen von ganzem Herzen das Buch »Der große Kampf« oder auch unter dem Titel »Vom Schatten zum Licht« von Ellen G. White zu lesen. »Gott mit uns« »Gott mit uns« Vielen Dank.